Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir vorstellen, wie du in Google Sheets ein Diagramm in ein eigenes Tabellenblatt umwandeln kannst, wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest. Abonniere meinen Kanal, dort findest du auch viele weitere Videos über Google Sheets, Google Docs und natürlich auch Google Slides. Und los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! In Google Sheets ist es möglich, ein Diagramm in ein eigenes Tabellenblatt umzuwandeln. Die Funktion habe ich auch erst vor kurzem entdeckt, die gibt es auch wahrscheinlich noch gar nicht so lange. Aber ich habe ja auch schon mal für das Tutorial ein kleines Diagramm vorbereitet, also ein einfaches Balkendiagramm bzw. ein Histogramm. Und ich habe dafür die Antworten auf meine Google Forms-Umfrage verwendet, und zwar die Ergebnisse der Frage, wie gefallen dir meine Videos in Google Docs. Und da konnte man eben antworten, sehr gut, schön, solide, keine Angabe. Und ich glaube, es gab auch noch eine weitere Möglichkeit. Ich glaube, ich hatte fünf. Wenn du mehr zu Google Forms und dieser Umfrage wissen möchtest, schau dir dazu gerne meine Tutorial-Serie an. Die ist jetzt auch in der Infocard verlinkt. Und mit den Daten kann man eben dann hier so ein Histogramm erstellen, einfach über das Einfügen eines Diagramms in Google Sheets. Und wenn ihr ein Diagramm habt, dann ist das wie so eine Art Bild, was über den Zellen der Tabelle liegt, die man eben auch verschieben kann. Aber ihr habt hier oben rechts auch die drei Punkte. Und da habt ihr nochmal ein kleines Menü. Und hier gibt es dann den Punkt, in ein eigenes Tabellenblatt verschieben. Und das ist ganz cool. Da könnt ihr dann einfach draufklicken und schon fügt Google Sheets unten ein neues Tabellenblatt ein. Das nennt sich dann einfach in dem Fall hier Diagramm 1 oder Diagramm 2. Das könnt ihr dann aber wie ein Tabellenblatt auch einfach umbenennen. Und anstatt, dass ihr aber Zellen in der Tabelle habt, also in dem Tabellenblatt, habt ihr einfach nur das Diagramm. Also das ist jetzt quasi ein großes Bild von dem Diagramm und mehr nicht. Keine Zellen. Ich kann ja auch nicht hin- und herscrollen oder ähnliches, sondern mir wird nur das Diagramm angezeigt. Und ich kann das auch sehr gut verwenden und somit auch besser präsentieren im Vergleich dazu, dass ich das jetzt zum Beispiel als Bild habe und dann eben größer oder kleiner ziehen kann. Und ihr habt dann hier oben in dem Menü nur eine eingeschränkte Auswahl an Funktionen, also zum Beispiel bei der Ansicht oder bei Daten und Tools. Einfügen, Bearbeiten und Format gibt es überhaupt nicht. Und ihr habt dann hier oben in der Schnellmenüleiste, habt ihr eben auch die Möglichkeit, das Diagramm zu kopieren, das Diagramm zu bearbeiten. Da öffnet sich dann der ganz normale Diagrammeditor, so wie es eben auch passieren würde, wenn man das Ganze in einem Tabellenblatt drin hat mit Zellen. Und ihr könnt hier auch weiterhin das Diagramm herunterladen, das Diagramm veröffentlichen oder auch natürlich löschen. Aber hauptsächlich geht es darum, dass ihr überhaupt diese Möglichkeit habt, das Ganze in ein extra Tabellenblatt einzufügen. Und das ist, wie ich finde, eine richtig gute Funktion. Das hat mich auch immer genervt, dass die Diagramme dann quasi so, ja, die waren dann halt einfach über den Zellen. Man musste das hin und her schieben wie ein Bild. Hat man rangezoomt, dann war das natürlich größer in der Tabelle und so weiter. Und so, finde ich, kann man das schön trennen. Man hat ein Diagramm, das ist in einem extra Tabellenblatt. Und man kann das halt auch gut anzeigen, gerade wenn man das natürlich verwenden möchte für eine Präsentation etc., ist es halt einfach viel besser. Und man hat eine viel bessere Übersicht. Und das Diagramm ist auch automatisch immer auf Bildschirmgröße. Also es ist nie zu klein. Es ist immer auf Bildschirmgröße. Es passt sich eben auch immer an, wie groß euer Bildschirm ist. Und das ist, wie ich finde, eine ziemlich coole Funktion von Google Sheets. Und wenn ihr das macht, dann ist euer Diagramm aus dem eigentlichen Tabellenblatt weg. Also das wird quasi einfach in ein eigenes Tabellenblatt verschoben. Und ihr habt das dann hier drin und könnt es auch genauso wie ein Tabellenblatt behandeln. Ihr könnt das Ganze löschen, duplizieren. Ihr könnt es umbenennen. Ihr könnt das Tabellenblatt auch schützen. Ihr könnt das Tabellenblatt ausblenden und so weiter. Also ihr habt alle Möglichkeiten, wie bei einem normalen Tabellenblatt auch. Und das ist, wie ich finde, eine ziemlich tolle Funktion für Google Sheets. Schreib mir gerne dazu in die Kommentare, was du davon hältst. Ansonsten war es das mit dem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Hast du weitere Fragen oder Vorschläge, schreib es gerne in die Kommentare. Like das Video und abonniere die Glocke, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ano sch